Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Counter-Strike GO, heute mit Yannick, mir und drei Randoms. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf der Map Cache. Das Spiel beginnt. Ich will nicht gegen ein Goblik spielen, wir haben eine Theresa im Team. Und 950 Ping. Hey, die Human Wrist ist das Spiel beginnt. Wie? Der wird wie gesetzt? Ich weiß nicht. Slow und dann habe ich es nicht mehr verstanden. Die mal für ihre Flash in Armeen verkackt. Oh man. Ab 65 runter, Y. Ich guck nach hinten. Highway. Ey komm, ich komm nicht durch, Digga. Zwei Highway-Wander. Warmeet. Und damit habe ich mich leider auch angekündigt. Einer ist noch On-Spot. Nein. Nein. 1 HP. Nein, was? Oh, den 30 habe ich dem gegeben. Das war nicht der mit Low HP. Ich habe keine Ahnung. Aber das war Goblik. Gobi Guys. Gobi Guys. Eben als Niki Lauda wieder live gesprochen hat, da bei der Formel 1, da wusste ich wieder so ein Felix-Ding. Du, das ist aber mal... Du, das ist aber mal... Dann brauchen wir auch mal... Ach ne, das ist... Das ist mal Jogi Löw. Und wie Bushi vorhin habe ich wieder abgegangen ist, da bei dem... Links! Rechts meine ich ist das. Der ist Westen. Der geht halt nicht dort. Ich habe nur noch 18... Oh! Einen hat hier nicht. Von hinten, von hinten! Die sind gleich alle down. Die Welt hat mir 80 in 1 gedrückt. Ja. Ich hatte Low HP und der hat mich dann auf 1 HP runter und dann kam der von hinten. Der hat mit Granaten 187 Schadenspunkte verteilt. Das heißt, er hat zwei Leute nur mit einer Nate gedrückt. War ne gute Nate nach einer Echo. Ich hab dem einen Wichser... Ich hab dem einen Wichser 92 in 4 gedrückt. Ich muss auch noch einmal checken. Nein, jetzt spielen in den Encos. Das ist schwul, 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 schwul. Okay. Wuch, wuch, schwul. War grad hier der... Oh, das wird der U-Bahn-Pickerson. In der U-U-U-U-Bahn-U-Bahn-U-Bahn. Der U-Bahn-Verkehr. Nice! Und... Scringy-Carven! Blenden-Farven. Vorsicht. In deutsch. Wunder Pro von hinten. Ja, hat hier rein geflasht. Bitte erwarte mich nicht hier. Das tut der nicht. Locker da! Nein! Lass... 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 Wir kriegen auf Waffen. Ich hab schon eine P-N-Games reden. Ich hab schon eine P-90. Der erste hat mich da nicht erwartet. Da bin ich noch rechtzeitig hingekommen. Da kommt die Flash schon reingeflogen. Da bin ich dann noch schnell hinter die Ecke gehuscht. Genius. Komm, komm, komm! Let's go! Smoke! So, wir gehen A, B... Geile Smoke. Keine Ahnung, wo wir gehen. Ich bleib nur hier stehen. Schade. Hat der immer noch so eine Hole ping? Ach nein, das hat nicht wo der war. Geh doch drauf! So... Irgendwie sind gerade ein paar von uns auf B draufgegangen. Ja, Mann! Nice! Was machen wir denn jetzt? Sehr gute Frage, ich meine, das ist auch nicht so genau. Kurz abwarten, ich hab nur noch 17 AP, weil ich einen Schuss verkackt habe. Aber die Nate hat natürlich gut gesessen, das muss ich sagen. Lila guckt Mitte, wa? Und nicht mehr. Oh, Magnet. Box. Ey, der Upper fickt mich. IAP. Bent ist auch was. Ja, ich wusste, dass er kommt. Gopnik kommt von hinten. Ja, genau da. Hä? Der war bei mir noch gar nicht um die Ecke. Jetzt... Jetzt geht er los, wa? Wobei, der ist dritter. Okay, dieser Moon Mellow hat 8-1. Haben wir gekauft? Jep. Gopi! Was hat der gesagt? Gopi, glaub ich. Oder Gopi. Gopi oder hat der Gopi gesagt, dass wir kaufen müssen? Keine Ahnung. Oder Gopi. Ja. Flashbang! Throw in the Flashbang! Hier ist jemand da reingekommen. Ja, eben. Oh, HE 7 HP? Hast du auch 7 HP, ne? Ne, er hat 7 HP nur gedrückt. Oh, Ypsilon. Es ist Gopnik! Die müsste eigentlich meine HE gefressen haben. Die auch jetzt. Sehr schön! Und raus! Yellows! Ich legge. Yellow tot. Sehr schön. Versuchen wir mal zu planten. Eigentlich müsste frei sein, denke ich. Ich muss 8 HP, ich legge halt mega. 8-1. Planting, komm mal raus. 3-1. 5-1. Ich kann nur noch einmal zu warten. 1-1. just camp and. Cover the bell. Eine Höchung! Nein, runter. 1-1. Guck nicht! Ja, nee, guck nicht. Human wrist hat das im Blick. Defuse. Hier ist 1-1. Back. 1-1. 1-1 pist. Maybe. Nein, hat er gesehen. Äh, Maybe Nee, Highway, komm gleich Rechts von mir Legge, Dicke Warte, das wurde er Sehr schön Junge, ich konnte nicht um diese Ich konnte nicht um Y rumgehen, weil ich so gelaggt hab Da hab ich richtig Angst bekommen gerade Da hat mich der bei K schon wieder mit so einem doofen Schuss weggeholt Naja, wir dürfen die Bombe immer da hin Mach B? Ach nee Ich leck schon wieder Deine Ping geht jetzt weg Oh, ich Yo, los Die Bombe, die küsst mir doch Muss hier gar keinen Ah, Lila hat, okay Läuft von hinten Läuft von hinten Ich glaub, Highway Ich glaub, Highway Bombe liegt hinten, waah Ich muss die Bombe ausleben, oder? Wo sind denn die? Mitte, ich hör die da Und hab mich verraten Ja, und Gopnik steht da mit Zwei an unserem Spawn Zu dir T-Spawn Noch einer T-Spawn Noch einer T-Spawn Oder so ganz Ja, T-Spawn und den du hast Oh, wo ist der andere T-Spawn? Wo ist der zur Bombe? Oh ja Der ist er Ach, tschuss Oh, nice Oh, wo hast du gemeint? Ja, der hat Lower P Ich hab'n Fall ab gekocht Der muss Lower P Frag, es ist ja noch da Aber der kommt gleich von hinten Time Sehr schön Eigentlich dürfte der da jetzt nicht auf Spot sein Sein Ping ist auch voll ok Er ist halt von überall gekommen Ich hab'n nicht gesehen Ich hab'n nicht gesehen, endlich Was soll ich? Fuck Warum ist die Bombe nicht einfach mit A gekommen? A war komplett frei Ja, die haben sie erst hinten abgelegt Und dann sind sie da rumgedumpelt Und dann war's auch schon wieder weg Echo Echo Ich kann mal Bucke machen Nichts zu spät Was machen wir denn? Ich hab'n mal schnelles angesagt Machen wir bei den ganzen Tag Es ist überhaupt wieder angeklagt Wegen der Schlägerei Er hat doch angefangen Oh man Da hab'n ich gegen geflasht Ich hab'n nirgends einen gesehen Yellow ist doch einer oder nicht? Yellow ist doch einer oder nicht? Aaaaah NBK Machen wir Schick mich Darf irgendwie noch einen? Ah ... K2 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 DOKAR Ich bin ATO Oh jetzt kommt der Zuball Und Moonmallow holt sich wieder alle Moonmallow scheint ganz gut zu sein Mhm, eigentlich noch eine Echo. Aber kaufen die? Dann würde ich auf P90 gehen. Ja, einer kauft's. Ja komm. Go buy. Ja, go buy sagt der. Purple, go buy. Mal B? Können wir mal B probieren. Slash. 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 Zähne. Wo, wo, oben? Es ist Gopnik. Wind. Wind gerade kommen, ne? Go away. Okay. Guys, go away. Ja. Okay, mit einem Low HP. Ich lag. Von hinten, von hinten. Ja. Ich dachte gerade ich hab den gekillt. Mit der Hals gerade me- Genau in dem Moment hat's mega krank gelegt. Es ist Gopnik, ist der Entgegner. Ja, jetzt lag das so rum bei mir, ne? Das ist Regen. Ich hole mir jetzt die Bombe drin weg. Und schau. B, der kommt da gleich. Wenn der die Idee hat und der gleich kommt, ey. Oder du gehst einfach gleich wieder zurück zu B. Ja, überbrenzen. Du ja. Du. 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 Du hast genug Zeit. Aber wenn du runterdropst, macht's halt Geräusche, ne? Ich kann auch schon wieder von überall kommen. Sag mir unbedingt, wenn du was siehst und ich was übersehe. Ich weiß, ich hab' gehört der. Ja. Oh. Oh. Good job. Warum leck' ich denn so, Mann? Wie viel machen wir's denn? 20 Minuten noch bis zur Formel 1. Gleich 2. Quadratmeter. Flasch wieder. Haltoli! Können wir jetzt die Runden holen? Wenn's die Runden holen, das wäre ja ganz nice. Nice clash. Na ja, so'n nice flash. Wah moet michALb sigma 1. Doe ist ein Flash und du dann rauskلا? Ja. Oh, ich lange wieder. Tologia do ﷺammö. Er ist hier. B, hat ihn. Von Blan. Nun mehr los übrigens tous. Ich lege schon wieder Check nicht, Orange Flash Oh, die geht glaube ich jetzt nicht Highway Der kommt schießen um die Ecke Highway, immer noch Get him Orange Mit Mitte und der CT rennen die gerade hoch zu K Pass auf Mitte Letzter müsste Richtung K sein Letzter K Oh, schade Versteck dich Just hide Alter, ich lege so rum, Digga Ich habe das gleiche, ich habe nicht geholfen Lade Nicht Alter, mein Messer ist schwul Sehen wir? Ja, ich... Ich kann mich ja hier kaum mit bewegen Jetzt geht sie gerade wieder runter Und dann wieder hoch Zwei im Spawn Das bist nicht mehr du Was? Was machen die denn da? Habe ich mal Mitte Jetzt hat er sich wieder gedroppt Der ist hier schon und ich habe ihn nicht gesehen Hallo? Rosa Oh man Janik, du musst aber davor dich auch immer stretchen, ne? Nicht dass du dann bei deinen Highlight 30 Sekunden Einen Kampfkrieg Einen Kampfkrieg Womit Du, 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 du Mein Was haben wir denn? Warum? Harrabes auf Karl Harrabi, Alter Und seit letztem hat er auch 1,9, das ist der Volkant, wir hätten ausgleichen können Ist Harrabi, dieser Spieler, der durch nicht erschossen wurde, weil ein Kind reingefallen ist? Ja Junge, die schreiben immer alle jetzt auf Instagram Ja, dieser Typ hat versucht mich, äh, die Welt zu verändern Nach dem X Machtloser gegen Harrabi So Junge Oder Kier, kennst du das, ähm, sag mal was, das war Ich hab nicht mal abgestimmt Ich hab vielleicht noch in der Gruppe, in der Gruppe war vielleicht sogar, also in der Instagram Gruppe So wurde dieser Gorilla-Kleber und da so, ja, die haben da ein Gorilla drauf gemacht, weil Harrabi Zeichen dafür ist, dass unsere Welt zusammengehalten hat Spend Jaa Das ist so dumm im Moment, halt am B, ne? Ich fresse immer diese Nage, die der größte Winsinn Wir haben es überall, ich brauch Hilfe Jo Jo Und weg ist er, nicht einmal getroffen Schade Die anderen haben auch wieder gekauft, ja dann lassen wir jetzt auch, oder? Nein Hier wird doch wieder kein Video gemacht Jojo Haben wir ja erstmal ne Auszeit Hm Ja, 7-4 ist doof, wir hätten 5-5 vorhin machen können Nationalhymne Deutschland Das Lied der Deutschen Heißt sie so? Echt? Wo liest du das? RTL Achso, ich guck gerade, auf Streife seit 1 Junge, jetzt kommt Formel 1 Kaufen wir jetzt? Ja, aber auf Streife komm Nee, kaufen wir jetzt? Ja, aber auf Streife kommst Ja, ne, du Weißt, was du machen musst, ne, wenn du keine Kondome hast In der Arsch oder was? Okay, wir kommen anscheinend nicht Nein, so genau Na, das sagt man immer so, aber Arsch, wenn nähst du dich auch Ja, schon noch, stell dir mal vor In Porn und so, dann blitzen die sich doch immer unten rum Und trinken dann, und dann machen die so, äh, Dings Die sind dann untenrum nöer, ihr Arsch, das ist saubere als ihr Munternach Uuuuuh 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 Also was für eine einzige Alternative dann? Squee hier, auch von uns, okay Oben Yo Ich lege so rum, Digga Und wieder weg, Gopnik kommt von Kame da ob Junge, er ist so Yo, wie der da hinterher rennt Hahaha Können wir endlich kaufen Ich riskier die Orb In middel Also ich hab jetzt immer so ein richtiger Aufnahm-Bomber, Alter Was du immer rausholst Ach, ist das ja wieder ne Aufnahme? Äh, ja Wenn's was wird Wobei, ne, ich Ja, selber nicht Oh, ich lecke immer nur rum, also wo Hinten Highway an der, ich weiß gerade Okay, ich bin der Half-Life durch die Grenade Weh, der kommt jetzt hier Ohhhh Sehr schön Deck schon wieder, Mann Bombe ist auch schon wieder gedroppt Mit einem Fallspiel-Connector Wo ist das Connector? Der ist komplett frei Alter, das war lila, oder? Könnte Zettier sein, oder? Ja. Der hat ne Orb, ich hab aber auch eine. Willst du? Nö, nö. Nö, nö, nö. Wenn ich das einholen... Zwischen euch diese 5-5 hätten wir machen müssen. Die Snipe, was haben wir denn jetzt in dem Team, Jelte? Da ist links schon einer, pass auf gleich kommt die AE. Links hinter Pommes war einer. Guck hier mein Vent Room. Kierk behind, baby. Ist der tot? Nice. Drauf. Da ist noch ne Orb irgendwo. Äh, Zettier. Lecker was Spiel. Da hat er mich grad lucky durch die Smoke geholt, würd ich mal sagen. Oder? Na, vielleicht noch nicht. Von hinten? Na, na. Von hinten hier, ok. Hat er? Einer noch. Letzter. Jetzt hab ich gesagt, ich zählt hier werden. Ich brauche. Der andere kommt da oben. Der ist oben gewesen. Der ist auch immer da oben. Orangenschren schon weg. Ja, ne, jetzt auch. Und der Knapp. Und der Knapp. Und der Knapp. Der Knapp ist draußen. Das war ja so. Stunden. Ja, du wollen wir da wegziehen. Wir haben Zeugs gekauft, also hier. Ja, du hast noch 10.000 das ist in der letzten Runde. Ja, für den Sie ist es auch so. Ja, aber weil... Nein, ich meine bei Dragon Ball ist auch so ein bisschen. Achso. Thanks. Da ist diesmal nichts Mitte. Oh man. Ich hab's verkackt. Ich hab's auch die Zombie. Und jetzt kommt der auch wieder gleich. 30. Ich hab gar keinen... Er ist schon Mitte. Zwei Mitte. Oh. Two coming from mid. Ach, da kommen die da gerade. Ja, kommen 9-6. Ich bin ja nix. Ich bin einfach mal bei 1-2-3 bei Folge 197, Alter. Schade. Was kommt mir zu der Scheiße aus der 1? Warum eins? Ja, mach ich jetzt auch angemacht. Gut. Es fängt nämlich in... 8 Minuten an. Jo, er so... Are you deaf yellow? Er macht... Du bist der Erster. Ne, Zweiter. Gut, aber eigentlich theoretisch hättest du erster sein müssen mit dem Team. Warum schreibt er mich eigentlich schon wieder an? Let's go. Achso. Achso. Weil dein Callgeber du nicht gehört hast oder? Ja. Decoy's out. Decoy's out. Endes geschrieben. Das war einfach nur ein... Ich bin alleine auf B. Du nutt ein Söhne in B. Warum bin ich hier alleine? Ja, da kamen halt zwei Mitte. Wenn er das angesagt hat, wär's echt gut gewesen. Ihr seid die größten Nurensöhne. Mann, warum bin ich alleine B? Da ist... Da ist direkt den Shot drin. Ja, stimmt. Unspot. Lass mal ein Unspot. Rushen. Rushen. YOLI! Jetzt kommt Purple aber nochmal ganz schön ran. Bruh. Vermisst mit Sandra Eckhardt. Nie früher immer. Hallo, ich bin's. Eure Julia Leischig. Aber Brand New Person beschimpft dich wenigstens nicht als Hacker. Ne, das stimmt. Ich bin schon wieder alleine B. Wir haben keinen Mittel. Vier A. Ich geh rüber. Ja, wieder einer B auf jeden Fall. Einer von uns auch. Junge, ihr seid... Ich weiß nicht warum alle A gehen. Ich versteh's nicht. Der ist ja noch drin. Die gehen zweimal alle B und alle sind A von uns. Nein, nur da hab ich die Bomme schön verpasst. Das ist so ein dummes Spiel, äh, so dumme Typen in unserem Team. Bomb has been planted. Throwing flashbangs. One spot. Und dann war's weg. Wer will denn jetzt haben? Geh mal um... Bleah. Geh mal. Danke. Ich komm mal mit B jetzt. Let's go, let's go! Ach, gehen wir alle? Die werden eh nicht B gehen. Die gehen alle Mitte. Sind die Premates? Die werden noch mal B gehen, das wäre lächerlich. Okay, sind die B. WTF? Ja, du hast ein D geklickt, das hier jetzt passiert hält. Erpel, Alter. Und noch einer. Chewoblet. Geht's report. Schönes Ding. Bomba. Feuer in die... Oh, Norde! Komm! Dahinter! Yellow! Jammers! Oh, das wäre sein Ace gewesen. Und wir beide haben... Joi. Ach, du bist mir angeschossen. Warum kosten Brandgranaten 600 und Molotovs nur 400? Das ist für unfair. Jetzt ist Human Wrist schon vor uns. Let's move out. Du Planter. Maul. Ich geh hoch, ne? Throwing fire. Flash. Deploying flashback. Flasher. Und keine Flasher, nice. Die war Latte. Da war keiner. Grenade out. Können vent. One meet. Man ist fertig, don't. Man ist fertig, don't. Man ist fertig, don't. Middle. Ich geh hoch. Oh, Mitte. Noch einer... Oh. Der hat mir die Sicht genommen durch seine Nades. Ich geh hoch. Unsere Mades sind echt schlecht. Ich bin zwar auch gar nicht gut. Ich geh hoch. 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 Alter, ist jetzt schlecht, bis er auch. Wollen die nicht B gehen? Ich geh hoch. 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 Da war es noch einer. Ist das MVP? Was ist denn der MVP? Da ist ein... Ja da ist ein MVP. Ja und warte ich noch einen Moment ab. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Die ist nicht mehr da, du und so. Die ist nicht mehr da, du und so. Die ist nicht mehr da, du und so. Ja, versuch dir was zu holen. Wir haben eh genug Geld, um zu kommen auf die nächste Runde. Wo ist er eigentlich? Ja, bitte. Einer kommt her. Ach, das ist so. Hab ich nicht gesehen, der stand da in der Ecke. Na scheiße. Ach, wir werden aufgeholt, wo? Wer von denen redet eigentlich die ganze Zeit? Ich glaub Sarnak. Ja. Oder der mit der 317. Jo. Was hast du für ne Waffe? Diegel. Oh. Waschen wir? Weiß ich nicht. Hier sind doch immer 3 auf B. PC. Hey. Yes, hey. Leck mich. Er liegt im Penalzio in der AK, glaub ich. Ja, ich hab die Penalzio. Die sind hier noch ab. Und sie sind hier. Einer ist. Einmal noch Booster oben drauf, mann. One build. Äh, Sonic? Wenn mir das nen Jumpshot geben würde. Der hat auch noch dieses Zeug... Oh. Der hat auch noch dieses Zeug... Der war auch... Das war auch gut von Haram. Die sind hier... Die sind hier... Die sind hier... Oh. Leider hat schon ein Gold. Du hast schon eine Üppel an Geholen, du Idiot. Wird hier noch einer sein. Da sieht man deinen Kopf auch ganz sicher nicht. Oh, oh, oh. Man weiß, wie so ein... Oh, oh, oh. 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 Keine Runde aber noch rum. Der letzte war K. Ah, Keine Runde. Oh, Einführungsrunde. Da kommt er. Oh. Das ist ein Wild. Ja, gibt die auf nachher. Ich hätte ne Echo. Wobei der hat ja jetzt eigentlich... Hat der halt gesch... müssen. Der hat mir nur aufgegriffst. Ne, der hat die gesaved. Aber... Der mit dem meisten Geld. alles noch Bilbo commercials. Ich hout er ley for. Oh, die Sä te 소孩子. Geh Sie hoch. Ich mache den Flash B. Ich nehme gerade einen wechseln. Und einha-, Kirche Transe. Barnen kommt noch einen. Weil unser Haramompfer wieder abgerettet ist. Hey, jetzt ist der Human Christ. Haram B. Aber es Listen wie? Ange B. Da ist einer durch, Venture. Ja. Hab ihn angeschossen. Das ist Moon Mellow. Ja. Sehr schön. Aber die Bombe noch nicht. Wieder rüber. Wie sitzen alle hier? Das weiß ich auch nicht. Wir haben so ein dummes Team. Buss, 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 buss. Nicht mehr Firelink, wir tun unser Team. Warte. 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 Wow! 4 gegen 2. Ey, unser Team ist so geil. Warte. 5 und 2. Ey, das kann nicht. 2, das... Ich verstehe auch nicht, warum er mit 6,18 die größte Fresse hier hat. Ich verstehe auch nicht, warum die auf einmal alle auf B gehen, wenn drei Leute B sind. Machen wir wieder was? Ich kann irgendwie nicht kochen. Kommt wieder was? Oder? Ne. Achso! Was? Was? Ja das war einfach Lucky von dem. Der hat halt einmal gesprayt und zwei Hedys gegeben. Sehr gut. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Du bist eine Fotze. Eine Fotze des Herrn bist du orange. Wir wollen den Krieg. Oder nicht? Janik? Wie heißt die? Wann verlieren die ihr altes Schiff? Äh keine Ahnung. Weiß nicht genau wann. Ja aber welcher Folge war ich? Oh bitte. Erst äh 200, 300, 400, 500. Oho! Ich kanns ja nicht. Also ich save einfach. Ja ok. Ich kanns ja grad wirklich nicht sagen. Ne ich gucke ich gucke ich gucke es einfach. Ähm. Ähm. Es ist auf jeden Fall nachdem Lissop schon mal aus der Crew ausgetreten ist. Echt? Ja. Also. Rindra vor. Oh jetzt gehts los. Formel 1 startet gerade. Und oh. Da ist einer raus. Oh ja da. Qualmchen. Let's get this done. Ey. Ich hatte ihn. Das war ich. Das war ich. Nein. Das drei. Das ist einfach vier Leute der B gewendet. Komm. Es ist B I think. 1 B. Wendrum. 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 Stell dich vor mich. Yo. Too mid. 3 B I mit. 3 B I mit. Wend raus. Okay. Wendrum. Und weg damit. Die Runde hat voll scheiße. Mäh. Eben dieses 4 gegen 2 war einfach so unnötig. Das hätten wir locker holen müssen. Ach was. Aber da habe ich mich selbst auch nicht so gut angestellt vielleicht. Echt? Da habe ich einem 80 gegeben. Der hat mich dann getötet. Ich geh jetzt Mitte. Oh schön. let's go. Oh schön. Dieser HRM ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht jetzt. Sind die B? Ah, 1 B. Ja. Folge 300, also um den Drill. Schön. Ey, ist zuwider keiner Fahrt. Und die 2 von eben sind das, ja. Und wieder war geplandet. K oben. Er holt mich komplett in den 10 AP. Sehr schön. Das war auch fast ganz schön knapp von mir. Ah, die Flash hat mich natürlich gut gesetzt. Last door. Guys, last door. Squeaky. Es war ja schon wieder klar, dass die A platten, weil die es jedes Mal machen. Unser Team checkt den anderen. Ja, GG. What the fuck are you doing, fucking Orange? What the fuck are you doing? GG. Schon wieder ein 4 gegen 2 haben die geholt. Ja. Und wieder die beiden reichen. Weil einfach kein Man... Ja, der Typ ist auch schön afkar hier. Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Wenn das den mal rauswerfen, Alter, ich... So ne große Fresse, mit so ner Stud hab ich auch noch nie gesehen. Wie kann man denn so geistig beschränkt sein und nicht einmal auf dem Spot stehen bleiben? Vor allem wenn die es schon dreimal vorher gemacht haben. Und das war einer. Ich hab eben den Spray voll verkackt und er meckert da rum, ey. Nein. Er hat den Weg noch anders gemacht, weil er auf Kabel ist. Ja, ja. Das war noch. Mit der Feuer. Ah, Minus 75. Mascara. Ja. OOOH. F**king orange. I'm f**k orange. F**k green. F**k green. Schöner Schlusspunkt. Ja, da ist mal wieder der beste Beweis dafür, dass wir doch nicht nur Siege hochladen. Es hat vielleicht besser angefangen, als es dann letztendlich aufgehört hat. Trotzdem hoffe ich, dass es euch unterhalten hat. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.